Ein Großbrand hat am frühen Dienstagmorgen ein Wohnhaus in der Stadt Ajman im Norden der Vereinigten Arabischen Emirate zerstört. Videoaufnahmen, die von der örtlichen Polizei in sozialen Medien veröffentlicht wurden, zeigen eine riesige Feuerwand, die sich über mehrere Stockwerke erstreckt. Bisher wurden keine Verletzten gemeldet und die Bewohner konnten aus dem Gebäude evakuiert werden, teilte die Polizei mit. Das Feuer sei schließlich von der Feuerwehr gelöscht worden, hieß es in einer Mitteilung auf dem Twitter-Account der offiziellen Polizei von Ajman. Im selben Komplex war bereits 2016 ein Großbrand ausgebrochen, berichten lokale Medien.